Die preußischen Truppen versuchen 1807 nochmal gegen Napoleons Heer anzukämpfen, allerdings verlieren sie die beiden wichtigen Schlachten bei preußisch Eilau und bei Friedland und so bleibt Preußen nichts anderes übrig als Friedensverhandlungen zu suchen und dieser Friede von Tilsit, der dann am 17.07. geschlossen wird, der bedeutete fast um ein Haar die Auflösung Preußens selbst. Nur die Intervention Russlands verhindert dies. Napoleon hatte eben ein Interesse daran, Preußen zu zerschlagen und damit einer der dauernden Kriegsgegner eben völlig zu entmachten und zu zerstören. Schauen wir uns das mal auf der Karte an. So sah es aus. 1806 Preußen hatte ein relativ großes Königreich, das weit in den Westen hineinragte und eben hier auch an Frankreich angrenzte. Zumindest fast, das waren hier zumindest abhängige Staaten von Frankreich. Insofern eine direkte Grenze gab es da noch nicht, aber man grenzte zumindest an den napoleonischen Einflussbereich. Und durch eben diesen vierten Koalitionskrieg verliert jetzt das Königreich Preußen, wie man hier jetzt sehen kann, dieses ganze Gebiet hier westlich der Elbe. Und es entstehen weitere Satellitenstaaten von Napoleon. Also zum einen hier das Königreich Westfalen, aber auch dieses Gebiet hier um Hannover gerät in Abhängigkeit von Napoleon selbst. Und wenn man nochmal die beiden Karten gerade vergleicht, man hat natürlich auch hier noch was verloren in Preußen, dadurch, dass dieses Herzogtum Warschau entsteht. Das heißt, das Königreich Preußen wird ganz schön verkleinert und dezimiert und dieser vierte Koalitionskrieg bedeutete eben eine immense Schwächung des preußischen Herrschaftsgebietes und der preußischen Herrschaft in Europa. Was Napoleon jetzt in der Zwischenzeit macht, da jetzt eine etwas ruhigere Phase eintritt, es kommt dann zwar noch zu einem weiteren Koalitionskrieg, den wir gleich noch anschauen werden, aber was in der Zwischenzeit geschieht, ist eben, dass Napoleon seine Herrschaft zu sichern versucht. Das ist zwar jetzt eine Karte von 1812, sodass jetzt auch schon Österreich in Abhängigkeit von Frankreich gerät. Allerdings, wir nehmen mal diese Karte, weil sie eigentlich relativ praktisch ist, um zu zeigen, was passiert. Napoleon selbst war ja in der Zwischenzeit nicht nur Kaiser von Frankreich, sondern auch König von Italien. Das heißt, er hatte hier Nord- und Mittelitalien unter direkter Kontrolle und Napoleon hatte jetzt eben von der Familie aus gesehen, das Glück, relativ viele Brüder und Schwestern zu haben, sodass er diese Familienmitglieder jetzt für die Herrschaftssicherung einsetzen konnte. Was er nämlich macht, ist, dass er die herrschenden Königsfamilien, zum Beispiel aus Spanien oder aus anderen Gebieten, die er erobert hat, vertreibt und sie durch eben treue Parteigänge ersetzt und die treuesten Parteigänge, die man eben haben kann, im Regelfall sind Geschwister. So übernimmt Josef das Königreich Spanien und das Königreich Neapel. Dann Ludwig nimmt Holland, hier oben das ganze Gebiet, dazu gehörte eben auch noch ein Teil von Belgien, das, was heute Belgien ist. Jerome übernimmt die Herrschaft über das Königreich Westfalen und seine Schwester wird zumindest zur Sicherung des Fürstentums Luca und Piombino verwendet. Und damit sehen wir eben jetzt, dass Napoleon es tatsächlich geschafft hat, eben auch die von ihm abhängigen Gebiete so abzusichern, dass sie nicht abfallen würden, denn das war ja immer eine Gefahr, die man hatte, dass es Gebiete gibt, die sich dann wieder erheben. Aber dadurch, dass er eben seine Verwandten dort hatte, konnten sie dann vor Ort auch einschreiten und die Sachen regeln. Ich hatte eben schon gesagt, es gibt dann noch eine weitere kriegerische Auseinandersetzung, den fünften und letzten Koalitionskrieg. In diesem Fall ist es Österreich, das sich erhebt. Also im vierten Koalitionskrieg hat sich Preußen erhoben, im fünften ist es jetzt wieder Österreich. Österreich versucht, sich gegen Napoleon wieder durchzusetzen und eben auch Gebiete zurückzugewinnen, die man im Zuge der anderen Koalitionskriege verloren hat. Am 22. Mai 1805 siegt das österreichische Heer bei Aspern-Esslingen. Es ist deswegen eine Besonderheit, weil damit erstmals zu Land das napoleonische Heer geschlagen werden konnte. Allerdings verhindert dieser Sieg nicht die Gesamtniederlage, denn Napoleon siegt kurz darauf bei Wackram. Und damit muss Österreich einem Frieden zustimmen. Es kommt zum Frieden von Schönbrunn und auch dieser bringt territoriale Verluste mit. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Des Weiteren muss Österreich jetzt ein Bündnis mit Frankreich eingehen. Das haben wir eben auf dieser Karte von 1812 gesehen. Österreich war in Abhängigkeit von Frankreich gezeichnet. Und Österreich muss der Kontinentalsperre beitreten. Schauen wir uns das jetzt einmal hier noch auf der Karte an, was passiert. Wir müssen vor allen Dingen hier unten drauf achten, was passiert. Das Kaiserreich Österreich erstreckt sich nämlich hier ganz schön weit in den Süden rein. Das, was auch heute hier Kroatien ist. Und das verliert Österreich. Es entsteht die lyrische Provinz. Und ja, damit wird das Kaiserreich Österreich noch ein weiteres Mal geschmälert. Also nochmal zum Vergleich vorher. Hier unten vor allen Dingen die Gebiete und nachher. Und damit hat also jetzt Napoleon, fünf Jahre nachdem er Kaiser geworden ist, auch eine relativ stabile Herrschaft in Europa errichten können. Er hat eben durch geschickte Familienpolitik viele Gebiete abhängig machen können und zu seinen Treuen machen können. Also zu treuen Parteigängern und treuen Verbündeten. Und wie wir also sehen, bevor Napoleon zum Russlandfeldzug 1812 aufbricht, hat er tatsächlich fast Gesamteuropa, zumindest was das Festland angeht, unter seine Kontrolle gebracht. Und wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen.